Servus, grüß euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia, the Dark Descent. Ähm, ja, Altaver. Wie abscheulich, dachte er, gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise, denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nicht vermissen. Reizend! Was wird uns hier erwarten, Altaver? Wahrscheinlich Böses! Böses sag ich euch! Das ist nicht so schlimm. Schön beleuchtet. Das ist nicht gut. Blaue Flammen. Okay. Oder grünlich-blaue Flammen. Ja, Turquise. Oh Gott, da ist einer. Das ist unter der ominösen Tür. Lass sich nicht bewegen. Okay. Ist hier irgendwas? Was? 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 Wo kann ich mich verstecken, falls der ominöse Typ kommt? Da wird das Ding weg. Was ist er überhaupt? Ich nehme mal an, du gehst da eine fixe Runde? Oh Gott. Just a little further. Es ist wie Orpheus, die in die underworld. Ja, ich kann auch. Are you hiding etwas? Was meinst du? Nichts. Deine Intuition ist... ...remarkable. Ich bin nicht sicher, ich folge. Es ist nicht wichtig. Es ist nur ein Myth, nachher alles. Okay. Äh. Oh Gott. Wer kommt hier? Wer kommt hier? Ich will nicht, dass er hier kommt. Wo bist du? Oh Gott. Okay, er ist stehen geblieben. Oh shit. Das ist ein ganz schlechter Ort. Oh Gott, er fließt er mich nicht. Okay. Okay, ich lauf. Hoffentlich bist du der Einzige hier. Okay. Woh lang, Blutflecken? Ich hab gesagt, wo lang. Ich hab dir einen Hinweis. Ähm. Ja. Okay, links, rechts, geradeaus. Na ja, das war ein Urrufsang. Ähm. Ich sah jetzt geradeaus. Du kommst ihm nicht mehr raus. Sorry. Was haben wir hier? Erstmal Tür zu. Recht an. Und die Notiz. Was sagst du mir Notiz? Das war's. Sie sind alle wälder Menschen, und ich erinnere mich immer wieder. Still, ich bin dankbar für Gott, dass diese Monster unsere Weg senden, als sie als die Instrumente für meine Heilung. Ich versuche die verschiedenen Tools in der Torture-Chamber und lerne, wie sie zu benutzen, effektivisch. Die letzte Zeit war messy, und der Effekt suffered von meiner Inexperienz. Wenn die nächste Warnung eröffnet wird, werde ich bereit sein. Dann kriegst du wieder Angst. Will ich wissen, was hier unten ist? Lässt dich nicht bewegen. Ah, wie praktisch. Kriegst du das noch irgendwas? Wo ist das wohl? Wo ist das, wo ich saß? Hallo? Nebel. Fledermäuse. Batman! Ähm, geradeaus sieht irgendwie böse aus. Deswegen gehe ich mal hier lang. So? Ja? Es ist alles verloren. Ich muss noch einmal von vorn beginnen. Seitdem ich die von Agrippa gefundene Kugel zurückgewandt habe, hängen meine Forschungen von ihr ab. Der Vorfall mit Wilhelm hat mich sehr beunruhigt. Aus Angst, nicht genügend Gefangene zu haben, fuhr ich mit dem abschließenden Ritual ohne Überlegung fort. Die Kugel ist gesprungen und in sechs Teile zerbrochen. Ich habe alles versucht, habe es aber noch nicht geschafft, sie zu reparieren. Ich werde eine andere finden müssen. Es sei denn, ich kann die zerbrochene Kugel irgendwie zusammensetzen. Es steckt noch immer Leben in den Teilen und selbst wenn die Kugel nicht wieder hergestellt wird, könnte ich immer noch ihre Macht für meine Zwecke nutzen. Jahrhunderte sind schon vergangen, vergebens. Und ich beginne mich zu fragen, ob ich jemals meine große Liebe wiedersehen werde. Wie viel länger kann ich noch am Leben bleiben? Reizend. Hallo, du? Was sagst du? Oh, niedliche Stapel! Nee! Stantafel? Noch eine Stantafel? Kassel. Noch mehr Stantafeln. Das ist nett. Nehmen wir mal an, dass es besagt hat. Oh, ich kann nicht drauf springen! Oh, wie langweilig! Na gut. Bleibt eigentlich nur noch das da. Okay. Oh, die Tür ist nur angelehnt. Hahaha. Wow! Ähm. Stargate? So, okay, hat er eine glatte Alkürstelle für die Tiefel sind. Ah, da geht er den Kugel rein, na? Ähm. Ach, was soll's! Hm, hm, hm. Ja, ich wusste, dass das passiert, war ja klar, dass das passiert. Trotzdem. Daniel war früher anscheinend ein sadistisches Arschloch. Ja, gehör bestraft. Außerdem sehr, ähm... Call of Pethungo-mäßig. Oh, okay. Oh, das Humpelchen. Ist das Humpelchen noch da? Ja, anscheinend nicht. Nein, okay. Äh, na gut. Äh, das wird ziemlich an diesem Tag starb, dass ich nie zu sehen, wie sich dieser Mann davon mochte, war mehr als hilfverstandter tragen konnte. Gut, Altar ist also wichtig, wenn ich die Kugel habe. Nehme ich mal an. Da werde ich durch das Stargibd durchkönnen. Ich bin sehr, 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 sehr. Diese Kugeln sind meant für die Prisjoniker, die untertretungsvolle die Die Leute, die einen dort hier sein. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well and let one prisoners pain instill terror in his cellmate. That's exciting! Why don't you give me a password? I don't want a password. It's normal that something will happen to me. I find him always cool. Okay. By me? I'm the next person. Yeah, yeah. So I guess I have to... I can't stop here. No. 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 No one has to get into one place... ... ... ... ... ... ... Das ist so... Wir liegen in den Folterräumen von Talents. Ist hier noch etwas? Das ist hier noch. Ah, es hat mich. Oh, okay. Das ist gut. Was ist hier noch? 9 August, 1839. Ich kann nicht stoppen, schweiz und schweiz. Ich habe noch nicht gedacht, ich habe noch nicht gedacht. Ich habe noch nicht gedacht, der Dungeon war noch in use. Alexander hatte seine Servanten bringen einen der Präsenz, ein Mörderer, sagte ich. Alexander machte alle Arrangements, aber er sagte, dass ich den Ritual zu machen, um den richtigen Effekt zu haben. Der Dungeon könnte sich leden durch das Blut von einem anderen leden. Mögen den Mann würde uns das Worte geben. Was kann ich noch machen? Alexander sagte, es muss sich gemacht werden. Er schweizt meine Leben. Ich habe nicht den Luchzuren des Argumenten. Okay, ähm. Ah, bin verwehrt. Das ist recht gut. Das nimmt ziemlich viele Spinnen hier. Wir sollten mal hier ein bisschen geziefer ausflärzen. Hallo Spinnen. Sack mich hier nicht ein. Lass mich hier ein. Tier. Lass mich hier ein. Lass mich hier ein. Lass mich hier ein.